Hier kann man das aufgesteuern. Benckrad ist klar. Hier ist ein Stick hoch. Heyo, ich bin heute mit Tristan zusammen und mit Tim, der sein Teamkana dann irgendwann bald machen wird. Kann man so sagen. Ich gebe heute mal so ein bisschen Nachhilfe in Sachen Filmen. Wir sind heute gerade in einem Braunkohlewerk und das Ding hier schon stillgelegt seit Ende der DDR. Was denn? Das ist tatsächlich, das dämmt richtig schön. Bei mir? Wie schaut es aus? Dämmt das auch? Ja, die Tür doch. Perfekt. Tristan hat jetzt mal sein Filmlicht ausgeliehen. Was machst du denn da? Mächtiger DJ. Ja. 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 Das läuft. Da musst du mal in den Schaltschrank denken. Ja. 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 Da ein Watt ist sonst. Ja. 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 Also ich korrigiere jetzt mal meine Aussage mit dem, dass es ein, dass es hier den Bergbau gewesen ist, es war dann tatsächlich dann eine Pilzfabrik irgendwie, dann eine Steinfabrik, Steinhauerei oder? Multitasking Das nennt man ja schon fast so, Steinhauerei Das kann eigentlich dann alles nur zu festhalten gewesen sein Und hier Bruchsteine, guck mal hier drüber Ja, ruhig durch Bruchsteine Bruchsteine Warte ich jetzt Doch Das hab ich auch vorsehen Ich bin auch hier noch so Kann lieber Ja, das ist dann gerade ein bisschen da oben Das wird beschissen Das ist aber richtig beschissen, ja Das sind aber die Steine Ich kann sagen, aus diesen Steinen ist es nicht so viel geworden Das sind ja Bruchsteine hier Aber die sind nicht so richtig schön Steine sind hier irgendwie schon alle so gebrochen Das erklärt's aber natürlich auch, warum die hier gelagert sind Das wird dann alles so schleiß gewesen sein von der Produktion heraus und Und jetzt steht es hier nur für die nächsten 100 Jahre Das ist der kleine Junge doch glücklich Das ist der kleine Junge doch glücklich Das ist der kleine Junge Was machst du denn weg, jetzt rennt nicht vom Bullen weg. Man rennt nicht vom Bullen weg, ok. Na, willst du wieder runter? Tristan, du hast noch zwei Hände voll. Kannst du mir bei dem Tragen mithelfen? Wollen wir ihm die Lade wieder geben? Abbrauch. Abbrauch. Dass sich euer Arm hört. Was soll man den denn mitnehmen? Kannst du um einen Teil tun? Das war dieses essliche Schäfe Dinger oder ein Schäfe? Da muss der wirklich klar. Ich weiß nicht. Da wäre auch ein guter Bodentroll, ne? Das ist sowas Problem. Da wäre eigentlich auch ein guter Dachboden-Troll. Ja. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Engel vom Weihnachtsbaum. Also da oben macht er sich schon gut. Aber der ist nicht so bravsmäßig. Vielleicht. Naja, vielleicht entwickelt er irgendwie noch Flügel. Der hat es gestern dabei sein müssen. Der ist gestern umgezogen. Der ist gestern auf Tour, hat er sich mindestens sechsmal hingelegt. Der hat sich immer weggetan. Der hat sich immer weggetan. Wir waren gestern auf dem Hochhaus gewesen, ne? Da hatte ich die ganze Zeit den Burnierer mit. Da hat er einen dummen Spruch gelassen. Ich hab den ja acht, ne? Da hab ich... Bevor er um die Nekke ran, das hab ich gesagt. Fähig, du Sauber. Und irgendwann rutscht der mit dem Bein, der kommt die ich voll auf die Fresse. Also wie du heute? Ja, du bist ja auch. Immer heute. Hä? Wann bin ich denn hingeflogen? Auf dem Berg. Und wenn du rutsch bist mit einem komischen Gips noch. Das finde ich auch. Ah, ich weiß nicht, das ist so ein... Ein schönes Gefilde macht. Ja. Ich spreche runter. Ich spreche runter. Ich hätte ja, dass ich ihn da umpache. Ich drehe das Licht weiter höher. Lass ihn dir. Lass ihn dir. Lass ihn dir. Lass ihn dir. Komm runter, mein Engel. Er springt. Ey, auf der Leiste ist locker hier ab. Weg. Hey. Okay. Halt er nicht los. Komm ich rein. Ich bin noch nicht mehr in der Leiste. Hast du eigentlich glaube ich ein bisschen verwunden? Ja, dass mein Handy nicht da ist. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht jetzt noch da oben. Weiß ich nicht, weil ich wirklich nicht da bin. Guck mal raus. Ja, der Reise. Alles klar. Ich guck mal raus. Ich guck mal raus. Ich guck mal raus. Geh da mal richtig hoch. Vielleicht da hinten, wo du da hingegangen bist. Ich guck mal raus. Ja, das ist gut. Ach so, ähm, wo ist denn dein Telefon eigentlich? Weißt du, wer ist denn? Wie drauf? Ja. Ähm, wir haben dein Telefon gefunden. Ja? Ja? Ich würde sagen, das ist Tristan gefunden. Ist das nicht das hier? Das ist, glaube ich, runtergefallen. Das ist mein gutes iPhone. So, ganz nett, ja? Das ist ein blauen Krampen, die ich runterlassen würde. Ich finde es gerade irgendwie so übelstrichtig. Falls es nicht mal bemerkt hat, dass ich sie eben aus der Hosentasche geklaut habe. Hast du mir einen Hosentasche gefasst? Ja. Alter. Ich hab's aufgenommen. Alter, wollt ihr mich wirklich hier oben lassen? Guck mal, das ist jetzt so, wie ihr nach Hause kommt. Ja, Arschkram, ich hab Autoschlüsse. Ja, ja. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, weil uns das Auto zu wichtig ist. Oh, das Auto ist wichtig, ja? Ja. Ich finde schon noch die Möglichkeit, wobei wir den vorhin auch noch los haben. Also ich werde nicht gleich los. Ich freue mich kaum um die Räder. Ja, das originellste Druckmittel überhaupt. Auto Schlüssel, da kann man nicht rein sagen. Nein. Nein, ha ha ha.